Ich verschwende die gar nicht. Die sind überall taktisch eingesetzt hier. Nur bei mir nicht. Arg. 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 Arg, arg, arg. Ich weiß nicht, weil wir reloaden oder irgendwas. Warte, wie das gerade sein kann. Mhm. Bei einer komischen Bank waren gerade irgendwie so 0RF drin. Und er saugt sich einfach 60.000 raus. Jo. Äh, Quatsch, 60.000, 3.000 pro Tick, denk ich mal so, mhm. Kleiner Cheater. Nee. Stimmt gar nicht. Doch. Ey, folie. Strecke alles ab. Politiker. Strecke alles ab, ich will meist am abstreiten. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn meine Turbine gerade auf 7.000 blind läuft, oder? Klar, meine läuft... Ich weiß gar nicht, wie auch unsere läuft hier. Oben in der Truhe. Ach, oben in der Nacken, soll ich denn mal zeigen, wo? Ja. Komm mal mit. Komm mit, komm mit. Ich hab keine Ahnung, ich hab meinen Essens... Essens-Bag gar nicht mehr. Ich hab keinen Plan, was gerade passiert. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich kein Strom unten ankommt. Ja, da kannst du erst einen Clown. Oh mein Gott, der Strom kommt doch unten an. Was ist denn da los? Nein, nicht in der Truhe, sondern hier in dem Diebstdeutsch. Achso. Lass alles los. Oh. My. God. Look at this. Bug. Look at her. War ja klar. Oh mein Gott. Was hab ich bei dem Spiel mehr? XP. Ach ja. Look at her. Yo. Es war Spaß, Junge. Ich wollte nur was sagen, aber irgendwie hab ich angefangen zu schlössern. Ich kam ja irgendwie raus, raus, raus. Irgendwie raus, 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 raus. ETF, lass mal Pinop hitzocken. Yo, klar, gerne. Lenny, lauf schon mal weg. Äh, wo hier ist mein Spiel? Wo ist denn Lenny? Oh Gott, noch auf der Map? Joilte, gelme und geht erst mal Lenny töten. Lenny, lauf, die werden dich finden. Irgendwie finden wir dies. Ich hab mir schon Panik-Raum eingerichtet. Okay. Ich will mir das angucken. Bloom. Ich port ja, ich ist nur automatisch ein Teleporter, der mich da rein portet. Yo. Mit so einem Knopf, so einem Panik-Raum. So ein Blank ist auf die Server gekommen. Toi, yo, genau. Meine Basis wird abgeschottet. Und dann überall sind Pfeilen und so. Okay. Fuck. Und hast du, Justin, hier unten alles gemacht? Irgendein Handy. Ach, ich hab mal Knäht an. Nein, ich hab das in den letzten Fall, äh, weiß nicht, vor zwei Tagen oder so hab ich das hier ausgewählt. Siehst du, Lenny ist noch vier Tage am Server. So, vor allem, wie Flash und Light Irons, das voll verschwenden, ne? Was? Voll das Iron verschwenden. Geht ihr jetzt alle in den fetten Raum drin? Nein. Kommst denn da drauf? Warte, komm mal zurück in den Raum, komm mal zurück in den Raum, ich seh euch, euren Namen. Fert sich irgendwo, fert sich irgendwo versteckt. Komm mal zurück. Ja, pass auf, kommt zurück in den Raum. Alle, alle auf die, in die Mitte da, wo, 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 ähm. Ich glaub, nein, das kann kein, aber in die Mitte, geht mal in die Mitte. Nee. So. Ich hab drei herzen Schaden nur genommen. Ich hab nur zwei. Ihr habt das Ding auch nicht direkt abbekommen. Okay, jetzt können wir wieder gehen. Ihr seid ja noch ziemlich weit weg. Die Druckwelle ist auch immer ganz gut. Oh, wieder los. Oh, oh, oh. Na, Lenny? Lenny, bist eigentlich stumm? Schon wieder. Ich hab die Kanone auflöte erst mal. Oh, Macht. So. Oh, ich hab mich einfach leergesaugt. Du bist zu dämlich, ne? Oh, fuck. Oh, bin ich dumm! Ja, das bist du. Oh nein! Oh, bin ich dumm! Black, lass stehen. Oh. Sowas machen wir nicht. Oh, bin ich dumm! Welcher Knopf war das? Oh. Alter, der macht voll viel Damage. Wie viel denn? Also, ohne Rüstung 8,5. Ähm, naja. Ja. Flame 1, Power 5 drauf. Äh. Wasserraum schon. So, äh. Gut. Gab's denn diese komische Painting-Maschine nicht? Ähm. Ja, ich hab mich leer gesorgt. Haha. Ähm. Das war wieder eine Glanzleistung, Alter. Und... Black! Ja. Da ist er kaputt. Was ist das? Hm? Das bringt es so überhaupt nichts. Ist das? Was? Ach, Crystal Bow. Ja. Von... Botania. Cool. Ego? Ihr müsst euch eigentlich immer am Töten von anderen Leuten aufgehen. Laten. Komm, lass ihn mal. Geil, sag er mich auf. Ich find' er nur lustig. Ich glaub, es war Lenny-Töner. Wir wollten auch noch, ähm... Ab ins End. Ja, geil. Aber wie hieß das nochmal? Was wollt' ich denn? Oh... Ich weiß es nicht. Ihr könnt jetzt endlich... Ich wollt eigentlich gleich reingehen. Ja, können wir gleich machen. Ich wollt... Ich muss grad mal überlegen. Ich komm mit und guck zu. Kann ich das irgendwo hier gelesen? Nee. Normale Flaschen, die ich da brauch, ne? Santos, kannst du eigentlich mal eine Botaniker-Rusten machen? Und... Ja... Woher das ist... Da kannst du deinen Stab wieder haben. Ja... Das ist sehr Toya. Sehr Toya. Ach... Mann, war das denn im E... Chent? Ne... Chentos! Du weißt doch, wieviel Schaden der Bow macht! Da! Und? War das der Crystal-Power-Bow? Ja. Ja? Ach, genau, ja. Da hab ich ihn Crystal-Power umbenannt. Crystal-Power! Weißt du nicht, was ich mach? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Musst du mal nicht bei... Wenn man Infinity drauf hat, einen Pfeil drin haben? Nee. Ich glaub mit Botania... Doch, doch, braucht man aber... Ich glaub das ist bei Botania so, dass du keinen Pfeil brauchst. Ich glaub der schießt sowieso mit Mana. Weil ich Mana verbrauch deswegen. Achso, weil dann was anderes. Ich hab ja genug Mana Tablets dabei. Bleck ist die ganze Zeit hier. Ach Mensch, wie hieß das denn, dass ich die Farben ändern konnte? Puh. Wovon? Von Bex? Applied Energetic. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung... Kein Plan! Peil blous! Geil weg! Engel! Zebra mit Wahn ohne Schal. Egal 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 egal... Warte mal... Zentos, warum hat sich der Stab aufgeladen, als du ihn bei dir behattest? Wahrscheinlich, weil der irgendein Zeug anhatte oder so. Äh, es kann sein, dass durch Botania? Das Konsole ist durch Botania, okay. Weil Botania ist auch ne Kombination aus Stormcraft und Blood Magic. Dass vielleicht durch deine, ähm, hier, Teile, deine, äh, äh, wie heißt sie, die Batterien. Also ne Idee aus dem, bei den Mods. It applied. Frage ist die, Frage ist die. Du kannst auch ne Pflanze herstellen, wo du von Blood Magic die Shards farmen kannst mit, dann. Ist wohl toll. Wir haben uns erst gefreut, was macht die? Ne, WTF? Ja. Oh, Jut. Ich hab ein bisschen Draconium in das geschmolzen. Warum kommt hier unten kein Strohmann? Strohmann? Was? Ey, ich hab dir grad dazwischen, die Dägen des Moffa ist man. Ey, ich muss ihm seine MHS bauen. Ähm. Ja, mach mal. Ganz sofort. Dran. Denn jetzt. Alles klar. Bücher. Ja. Oh, bin ich dumbo, bin ich dumbo, bin ich dumbo, bin ich dumbo. Gucken, was ich für Flaschen brauche. Ob ich... Mit Lenny. Aus Eifglas brauche? Oder ein MHS? Nein, ich meinte, um... Aus dem End. Die Luft einzusammeln. Kann sie nicht... Luft aus dem End? Ja, die brauchen wir. Bisschen hart so. Gib mir deine Luft. Ja, damit kann ich noch einiges anstellen dann. Das Luft ist so gut. Nix. Du bist so behindert. Wie kriegt man nochmal Meta Balls her? Ach da. Hä, wo grabst die denn nochmal her, diese Meta Balls? Ooooooooooooh! Ein Small Handy. Ich muss jetzt juggeln, juggeln, juggeln. Ähm. Juggeln, juggeln. Ich bin schon ein Neuer, was? Ich will ja das Kabel auch einfärmen, oder nicht? Boah, ich muss mal hier schnellere Speed... Ach so. Äh... Es kann sein, dass du gleich ein paar Items hier hast, ne? Ja. Black. Zackding. Was für Items? Okay, fast. Das Ding hat gar nicht verstanden. Das Ding ist doch egal. Ach, ich brauch normale Gasflaschen dafür. Wollen wir dann auch den Ender Drachen töten? Ja, gleich. Ja. Ja. Darf ich den bitte einmal mit meiner Energy-Bazooka abschießen? Ja. Er ist dann bestimmt schon Insta tot. Nein. Die macht, glaub ich, 50 Damage oder so. So extrem sind diese Waffe nicht. Wollen dann alle mitkommen? Ja, klar. Mhm. Guck mal, wie viel Damage die machen. Das ist eigentlich nicht. Hm? Das ist eigentlich nicht. Ich gehe da später rein. War ja nur ne Frage, deswegen. Sein Portal ist nämlich ein bisschen weit weg auch. Man fliegt da hin, macht da eben, äh... ein Portal hin. Worte gehören. Eigentlich dürften ja jetzt keine Villager mehr kommen. Ah, tun sie noch nicht mehr. Bin ich gut. Warte mal. Piese. Zubel. Oh, wer sortiert... Achso, der sortiert ner Mod. Ja. Ich sch... Ich guck mal kurz, wie man den Modifier von Misswaff macht. Dann kann ich auch n... da hinstellen. Das ist so'n Portal, ne? Ja, ja. Dann kann ich ein Buch machen, dass... ich so linken kann für die Welt hier. Einfach nur mal linken? Ja, nein. Das funktioniert... Das funktioniert nicht mehr. Okay. Wurde geändert. Dafür brauchst du den Link-Modifier, dass das geht. Okay. Dass du in dieser Welt die beiden Bücher stehen haben kannst. Das ist nicht wie früher. Das ist nicht mein Hund. Ich kriege voll Bock auf Eis. Geiles Vanilleeis mit heißen Himmel. Mit Sahne. Übertreib. Fuck you. Jetzt habe ich ihn. Behindert. Nein. Schick mal abschauen. Und die würden mir das noch nicht machen. Ich würde sie aber auch nicht machen. So'n unartiges Kind immer. Bin kein Uda. Ich bin ein Z动-Builder. Du hast.